Das sind die Hunde vom Hauptgehege unseres Tierheimes. Das ist Peppa, sie ist eine Fußballspielerin und ist ein Jahr hier schon gewesen. Und das ist Nina, Nina ist mit ihrem Bruder Robert gekommen vor zwei Jahren, länger als zwei Jahre. Und Volker ist schon über einem Jahr hier gewesen. Ist das richtig, Cornelia, über einem Jahr? Ja. Ich habe eine Korrektorin heute und Modell. Ah, Volker. Ja, wer wohnt noch hier außer Peppa, Volker und Nina? Es gibt, ja, Robert, ein toller Hund. Hola, 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 hola Robert. Hola. Aber Peppa möchte auch gestreichelt zu werden, immer. Der arme Robert ist hier auch über zwei Jahre gewesen. Der ist so hübsch. Wir verstehen nicht, warum dich man nicht adoptiert. Hä? Ja. Ja. Volker ist hier auch ein toller Fußballspieler. Und unsere arme Kitty. Kitty, sie ist arm, weil sie mit fünf Monaten gekommen ist. Und sie ist knapp drei Jahre alt schon. Sie ist super anhänglich und verträglich mit Kindern, mit Leuten, mit anderen Hunden. Aber das ist nur das hinten von... Und wer noch? Ja, Soix. Soix ist auch Mitte von 2010 angekommen. Ja, und viele Hunde wollten ihn beißen. Soix. Aber jetzt ist geht's. Ja, Peppa. Alle sind sehr nett, oder? Klar. Ja. Oh, Peppa. Hör auf. Robert. Robert.